Idee. Super gespielt. Super gespielt. Und 3 zu 1 durch den, wie ich schon jetzt mehrfach gesagt habe, so quirligen Mann mit der Nummer 2. Und jetzt hat Quering eine. Jetzt hat Quering eine. Und das ist das Tor. Silvio. Klasse pariert. Und Quering macht sein zweites innerhalb von nicht mal zwei Minuten. Matuszka. Keine Abseitsposition. Und da ist das Tor. Quering. Christopher Quering. Irgendwie kriegt Quering den Ball auf die Hüfte oder wo auch immer hin. Da ist erst Moschera gegen Kempe. Ganz schwer zu erkennen. Trotzdem stecken sie den Ball durch. Quering. Müller. Nochmal Quering. 2 zu 0. Union Berlin. Nächste Flanke. Pahrens in Hubnig. Ausgleich. Quering. Verdient. 1-1. 69. Minute einer alten Försterei. Der Mann aus der eigenen Jugend. Christopher Quering. Ja, nochmal die Chance. Und der Anschlusstreffer. Quering ist da. Nur noch 4-3. Die Möglichkeit für die Berliner. Erste gute Chance. Und da ist der Ball. Im Tor. Und das ist das Tor von Quering. Sein zweites. Da sind sie brandgefährlich. Auch wenn Matuszka nicht dabei ist. Quering. Ja, und das ist das gefährliche Ding. Manuel Riemann. Da sieht er überhaupt nicht gut aus. Quering. Quering. Der Joker macht. Gute Möglichkeit. 2 gegen 1. Quering. Der ist schnell. Quering. Schnelles 1-0 für Union Berlin. Was für ein Start. Quering. 3 gegen 3. Super. Der Pass. Quering. Anklang vorbei. Der Winkel spielt. Aber er war im Tor. 2-0. Der Cub. 2-0. 2-0. 4-0. 0. 5-0. Vielen Dank.